Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Episode meiner Iron Man Challenge, der Challenge, wo man nicht sterben darf und so weiter und so fort. Die Regeln, beziehungsweise der Link zu den Regeln unten in der Videobeschreibung. Wir befinden uns hier in Karanos und haben hier eine Menge Quests, die wir noch erledigen müssen, wie zum Beispiel Tarte Eberribchen zu besorgen oder die Liste zu Windbad in Karanos, genau, die müssen wir auch noch bringen. Und hier Schimmerkraut brauchen wir auch noch, müssen wir auch noch sammeln. Und ja, Seher der Frostmelde müssen wir auch noch töten und Schneeschreiter, so der Frostmelde tötet, alles klar. So, machen wir das Ganze hier einfach mal und gucken jetzt einfach mal, wo wir hin müssen. So, wir haben hier erstmal Eberribchen, also Eber, da vorne haben wir eins, alles klar. Können wir uns hier erstmal um die Eberribchen, dann ist er auch glücklich, der Bro. Oh, so, Clipmeber, hallo Clipmeber, ist er einfach kein normaler Eber, Alter, der Charged er an, was ist mit ihm los? Er dreht durch, gib mir deine zarten Eberribchen. Oh, wie der Ancharge, trotz Slow, okay. Der Charged ist einfach zu mächtig. Gibt es hier die Rippchen? Nom, nom, nom. Oh, wie geil, wenn jetzt Eberribchen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab voll Bock drauf. Okay, Clipmeber, weiter geht's. Aber da hinten ist der Schneepferde, Laserwolf. Das ist ja kein normaler Wolf, das ist der Schneepferde, Laserwolf. So, hast du eher, dann müssen wir nur einen. Jeder droppt hier, das ist sehr nice. Was ist es? Ein Haustier. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an, Leute. Schaut ihn euch an. Oh Gott, ist der niedlich. Oh Gott, ist der niedlich, Alter. Fucking hell. Bleibt mal stehen. Schaut ihn euch an. Schaut euch das Gesicht an. So sweet, man. So sweet. So ein süßes Tier. Bam. Ah, nicht wegrennen. Nee, Junges. Bam. Du bist zu süß. Ich darf keinen anderen ansehen. Nur ich. Sonst niemand. Was ist ein süßes Tier? Ah, okay. So. Jetzt gehen wir mal die Quest ab. Und der hat auch irgendwas hat er uns doch geben wollen. Was war es nochmal? Genau hier. Aber das können wir ja. Aber okay. Es gibt fett EP. Fett EP. Da hast du dein Zeug. Da gibt es Erfahrung. Erfahrung ohne Ende. So, jetzt müssen wir mal da hoch. Tun wir das. Und töten diese Schneeschreiter. Beziehungsweise diese ganzen Frostmähnen. Die da rumlungern, rumlauern und knirschen und pirschen und fleuschen und kreuschen. You know? You know. Okay. Und das Schimmerkraut müssen wir auch noch einsammeln. Der Herr. Wo ist denn bitte das? Ist es da oben auf dem Berg oder was? Ja, das wäre es jetzt, wenn es da oben auf dem Berg wäre. Aber es sieht so aus, oder? Wir kommen da hoch am besten. Hier gibt es ja keinen Weg, ne? 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 Ah, da hinten. Da hinten ist, äh, ja. Sieht so aus, als würde man da hochkommen. Ein bisschen außen rum gehen. Zwar noch ein bisschen lästig ohne Mauen, aber... Okay, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Yeah, das sieht gut aus. Da liegen die Fackeln. So, sehr der Frostman. Hallo! You going down, man? Beziehungsweise Schneeschreiter. Yeah, Schimmerkraut, dass der aus wie Hanf. Okay. Das ist Schimmerkraut. Kommt ja irgendwie hin, ne? Wie man Hanf nimmt, ne? Ja, ist man auch so schimmrig vor den Augen, ne? Schaut es euch an, wenn wir jetzt nochmal looten. Bam, Hanf. Okay. 1 von 7, 1 von 7. Jetzt frage... Frage ich mich eigentlich. Ah, ne, wir haben ein... Ah, okay. Es gibt hier... Ah, doch. Schneeschreiter und Seher. Gibt es alles klar? Alles klar, alles klar. Alles ist gut, alles ist gut. Sehr gut. 3 von 7, 3 von 7. Gucken wir mal, haben wir hier irgendwo... Ja, da ist einmal der Seher. Aber wir töten ihn hier unten. Ich hoffe, die spawnen jetzt auch nicht so schnell, wie die vor 2 Episoden, wenn ihr euch noch erinnert, ne? You know, man, you know. Er hat einen Kupfer. Einen Kupfer hat er dabei. Ach, du Scheiße. Eieiei, eieiei, eieiei. Das sieht man so... Ah, das ist mir zu heikel. Wenn alle auf einmal auf einen ran stürmen, da weiß ich nicht, ob wir das dann überleben. Müssen wir echt einen nach dem anderen ausschalten. Da, da... Ah, fuck. Bleibt uns wohl keine andere Wahl. Da ist eine Seherin. Oh, okay. Außer Range macht sie. Oh, 15. Okay. Aber das passt noch, das passt noch. So, was passiert, wenn wir jetzt... Es passiert nichts. Okay. Aber wenn... Oh, Gott. Ah, okay. Komm. Aber er danzt weiter, alles klar. Ihm ist es scheiß... Ah, ne, jetzt ist es ihm nicht scheißegal. Ah, nein, er hat... Volljass. Er hat. Aber das ist ja... Ja, ja. Too easy, man. Oh, die droppen das sogar auch. Das ist nice. Das Schimmerkraut. Das soll er besser Hand bezeichnen. Ah. Ungewöhnliche Kräuter, die wir hier einsammeln müssen. Ja, ja. So, du bist der Letzte. Das ist sehr gut. Ja, dann haben wir ja das schon. Jetzt brauchen wir nur noch Schimmerkraut. Brauchen wir noch zwei Stück. Ja, tüten wir hier die... Den Schnee-Rider. Schnee-Schreider so. Nicht Schreider. Der Schreider. Da schreit er, der Reiter. Ha! Ah, nice. Da, fuck. Oh, ja, da oben, den müssen wir auch noch... Okay, komm her, Bengel, komm. Komm, komm her. Yeah. Sehr gut. Da haben wir es. Haben wir die Quest erledigt. Easy. Easy, man, easy, man. So, jetzt gucken wir, dass wir hier auch unbeschadet wieder hier runterkommen. Gehen wir mal wieder den Standardweg hier runter. Das traue ich mich überhaupt nicht. Also, es kann nach hinten losgehen. Okay. Alles klar. Einmal sehen wir noch auf die... Wie heißen sie? Jetzt habe ich schon den Namen der Wölfe vergessen. Warum heißen sie nicht einfach Wölfe? Weißen, haben die beschissenen... Ah, da ist es auch hier so Schneepferden. Dieser Wolf, genau. Der Schneepferden-Leser-Wolf. Oh, er greift einfach diesen Hasen an hier. Nein, Berghase. Lauf davon. Lauf. Oh, er hat ihn getötet. Bengel. Wir müssten ihn eigentlich dafür auch töten, aber... Nee, nee, nee. Wir lassen den Schneepferden-Leser-Wolf. Mal seine Sachen erledigen. Geben die eigentlich irgendwas Gutes? Ah ja, hier genau, die Treter. Ja, das ist nicht schlecht. Und hier ist Schild, was wir natürlich nicht brauchen. Mal gucken. Ach, hier oben, genau. Da oben. Hier bitte ein Schimmerkraut und rauch das jetzt mal. Sehr gut. Ja, anziehen. Nice. Nice. Cool. Mal langsam voll ausgestattet hier. So, und du? Bitte schön. Und da gibt es ein Level-Up. Die Wendigos erlegen. Lel, das erinnert mich an Antildorn. Wendigo, ne? Stufe 7, nice. Töte 10 Wendigos im Graufelsbau. Wir können Wendigos oder junge Wendigos töten. Ja, ja. Zum Zusehen verdammt. Leid Hauptmann Tarns Befehle an. Weiter. Okay. Geht auch auf. Fett XP. Oh, hier. Wendigo. Pantalons. Okay, Wendigo Pantalons. Was auch immer das ist. Es sind anscheinend Hosen. Der sechsgestohlene Versorgungsgüter aus dem Graufelsbau. Würden eure Reisen sicher sein. Ja, gut. Tun wir das. Alles da unten. Okay. Ja, tatsächlich. Da unten. Aber jetzt wollen wir hier immer so ein Schlückchen nehmen. Sonst ist meine Stimme gleich wieder ganz im Arsch. Wie hoch ist der Schaden? Razel, Razel, was auch immer. What the fuck? Was hat ES für Geräusche gemacht? Das nehmen wir mal so hin, diese Geräusche. Aber okay. Ja, okay, okay, okay. So. Ah, da unten haben wir so ein Wendigo. Hallo, Wendigo. Sieht aus. Wie sieht er aus? Ihr seht eher aus wie das in, äh, wie heißt es, äh, Kalimdor, die Knarzt-Klauen. Ja, ja, die, die Knarzt-Klauen da. Diese Bengel da. So, junger Wendigo. Ja, das ist ja easy. Gibt's dann auch aus? Ja, uh, da, ja, ja. 185, alles klar. Oh, ja, hier, kein Problem, Stufe 7 und so, ne? Ihr wisst, was da läuft. Gestohlene Güter. Ja, Wendigo, töten wir hier. Sehr gut, ja, easy. Oh, schon wieder so eine dreckige Höhle. Das hasse ich ja, wie die Pest hier. Ah, so. Sturbelene Güter. Gut. Ihn töten wir hier, Wendigo. Sieht einfach aus wie ein Yeti. Können wir mal ranzoomen. Ranzoomen, wie sieht es aus? Ach, du Scheiße. Okay. Sieht einfach nur verdammt hässlich aus. Was liegt hier? Es liegt einfach rum. Okay. Wendigo. Down. Uh. Ihr seid keine Herausforderung für mich. So, da haben wir jemanden. Ach, das ist die Quest. Ah, ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Wie gesagt, als ich meinen Schurken gelevelt habe. Ich erinnere mich an diese Quest wieder. So, haben wir schon mal Nummer 1 abgeschlossen. Genau. Bitteschön. Das ist Nummer 1. Easy, easy. Na ja, okay. Das ist Nummer 2. Bitteschön. Nummer 3 ist irgendwo hier links. Okay, mein, am besten lang. Wir gehen hier wieder so lang, okay. Wendigo, Wendigo. Alles klar. Voll mit Wendigos hier. Die ganze Höhe. Ja, ja. Was willst du jetzt machen, hä? Richtig ordentlich kiden hier. Oder der Erhard, der gibt dir den Rest. Erhard, der ist ja auch alles erledigt. Ja, easy, man. Easy, easy. Da kann man ja wieder beruhigt zurückgehen. Die ganzen drei Quests abgeben. Das ist eigentlich, die sind ja wieder gespawnt. Aber selbst wenn, keine Herausforderung. Too easy, man. Noch ist es too easy. Wir warten mal ab. Wir warten ab. Ob es weiterhin too easy bleibt. Das sieht gut aus. Sind sie nicht gespawnt? Doch, da vorne. Der eine. Alles klar. Komm. Oh, der andere ist hier auch gespawnt. Greift er uns an? Erhard? Oh, Gott. Erhard. Ja, guck mal keinen Schrecken ein. Oh, 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 oh. Junger Wendigo. Geh weg. Oh, oh. Was habe ich getan? Erhard. Komm, hilf mir. Steh da nicht so rum. Erhard. Yeah. Woo. Da haben wir immer Glück gehabt, dass die echt nicht so viel Damage machen. Leck haben wir ein Glück. Erhard, ne? Der Nächste ein bisschen schneller, ja? Du junger Erhard, du. So, was geben die denn hier? Ja, hier genau diese Bendigo-Pantalons. Pantalons. Pantalons. Zu zerstören. Schafe Axt. Was will ich mit dem Stab? Was will ich mit dem Deutsch? Was will ich mit dem Axt? Also bitte, ja. Das ist crap. Das ist einfach nur crap. So, wo sind hier die Pantalons? Ja, bitte schön. Yeah. Nice. So, aber das erledigen wir. Obwohl wir haben hier noch eine Quest. Wo ist die Quest? Hä? Wo ist der Quest? Ach, da ist der Questgeber. Hallo. Was hast du denn? Razelfling Spross. Bring Razelfling Spross. Ach, zige. Okay. Oh, der gibt uns was Gutes. Das ist nice. Das können wir gebrauchen. Das. Hey. Danke. Aber das Ganze erledigen wir in der nächsten Episode. Ja, und ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir ein Like oder ein Kommi. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschöne. Bis zum nächsten Mal. Tschöne. Vielen Dank.